Serbien muss wegen der umstrittenen Flagge in der Kabine von der FIFA gebüßt. Auch Kroatien und Saudi-Arabien werden zur Kasse gebeten. Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Verbände Kroatiens und Serbiens wegen Verstössen gegen die Disziplinarregeln mit Geldstrafen belegt. Serbiens Verband muss 20.000 Frankenstrafe bezahlen. Vor dem Spiel gegen Brasilien, 0 zu 2, war in der serbischen Kabine eine Flagge aufgehängt worden, in der die Umrisse des Kosovo in den serbischen Farben sowie die Botschaft niemals aufgeben abgebildet waren. In den sozialen Medien tauchte davon ein Foto auf. Die Kroaten müssen 50.000 Schweizer Franken zahlen, weil Fans des Vize-Weltmeisters im Spiel gegen Kanada, 4 zu 1, den serbischstämmigen Torwart der Nordamerikaner, Milan Bojan, verunglimpft hatten. Zudem sanktionierte die FIFA den Saudi-Arabischen Verband wegen des Fehlverhaltens seiner Mannschaft mit 2x15.000 Franken. Saudische Spieler hatten in den Duellen gegen Argentinien 2 zu 1 und Mexiko 1 zu 2 je sechs gelbe Karten kassiert.